Okay, ja, herzlich willkommen zum vierten Teil. Wir haben ja gesagt, wir machen nur eine Stunde. Wir machen eine Stunde 20 Minuten jetzt, weil wir einfach noch Bock haben, Franky auch in Aktion zu sehen. Genau. Und das Spiel macht auch Spaß. Uh, das ist ganz schön ängstlich. Das wird dann aber jetzt auch der letzte Teil sein. Ihr wollt es auch bestimmt selber zocken. Es soll ja nur ein kurzer Einblick sein in das Spiel. Und bisher macht es auf jeden Fall echt riesen Fun-o-Fun. Weil es ist halt auch echt gut programmiert. Also es ist jetzt nicht so etwas zusammengestückeltes, sondern wirklich mit Hand und Fuß. Ja, es ist wirklich mit viel Liebe, also diese ganzen Handzeichnungs-Sachen, überall ist irgendwie noch ziemlich gesteckt. Hier vorne er zu dir so, okay, das ist dann jetzt wohl das Militär. Oh Gott, die setzen Gas ein. Das ist aber nicht nett. Oh, aber die Zombies gehen durch die Kamera. Oh, die haben auch Flammenwerfer. Oh Gott. Oh Gott. Ich bin tot. Einer, falls ihr es im letzten... So, ich staubend. Fuck. Falls ihr es im letzten Teil noch nicht gesehen habt, ich bin Rambo und nicht mehr. Äh, Dings. Hätte ich vielleicht im letzten Teil schon mal sein sollen. Also nicht mehr Stormtrooper sind als Stormtrooper. Auf einmal spiele ich auch ein bisschen aggressiver, als vorhin. Ich bin schon wieder fast tot, ne? Was machst du denn? Ich bin doch jetzt wirklich mal in die Zombie hier reingerannt, einfach. Das sind gute Leute. Vorsicht, die Flammenwerfer. Warte, wir könnten auch mal unsere Granaten und Molotovs hier überwerfen. Habe ich mal... Oh, Panzerfaust! Warte, haben wir eine neue... Doch, wir haben eine neue... Oh, scheiße. Ich bin ja im Fernsehen. Hä? Was soll los? Sorry, dass ich dich aus dem Gekillt habe, als ich zu einer Waffe auswisten wollte. Dir keine Lärmung, du keine Waffe. Wir erheben die dann keine Waffe. Das war, glaube ich, nur Muniz und verflammert. Oh, dann hast du das gespielt. Oh, scheiße, ich bin schon wieder tot. Vorsicht. Wir haben gerade eben festgestellt, ihr könnt ja seine Hit-Points leider nicht sehen. Macht nichts. Im Moment, wir sind beide jetzt fast tot. Also ihr könntet echt darauf einstellen, seine Hit-Points sind eh mal bei so einem Waffe oder so durchgegeben. Ich weiß auch nicht, warum, was ich mir... Ich bin jetzt schon wieder tot. Ich hatte halt auch noch einen Hit übrig. Oh, dann hast du es gesehen. War da ein Safe-Point oder was? Da war direkt ein Safe-Point. Wir hätten einen Schritt vorgehen müssen. Oh, come on. Jetzt können wir gut starten, können wir nochmal... Aber es wird auch schon echt schwerer jetzt. Ja. Scheiße, wir haben ja auch gar kein Treib mehr. Egal, ich schau einfach mal auf die Uhr. Ah, gut. 20 Minuten. 16 Minuten. 16 Minuten. Irgendwann. Wenn es sich die Situation mehr gibt, machen wir einfach eine Cut. Wir nächsten Cut ziehen oder so. Also ich komme jetzt direkt in 5 Sekunden schon. Bam, alle runtergeschossen. Voll ins Gesicht. Vorsicht, ich werfe Granate. Boah, das Gas zieht so viel ab. Das ist eben gerade ein cooles Wind bei dir. Hm, das zieht doch richtig flamm. Oh, shit. Boah, du lachst ja genau frei. Ja. Oh, der Franky. Der Franky macht gar nichts. Irgendwie nicht. Da vorne ist gleich der, äh, äh, Dings, man laufe mal mit dir einfach. Ich habe hier schon ein Safe-Bund. Einmal durchmetzeln. Yes, das ist mein Check-Bund. Boah, hier liegt auch noch St. Patrick's Day-Leiche. Ah so, ne, warte, ist wirklich doof. Warte. Das gibt's für Schaden. Echt? Das ist auch noch so ne, äh, das Test-Bund. Wieso? Wie ist das? Was ist das? What? What? Wenn der so wirklich ne Panzerfassbund bekommen, wird bestimmt mit mir den Killen. Jawoll. Jawoll, Mann. Jawoll, ja. Oh, da hat er so nur eine. Oh, da haben wir nur einen Schuss damit. Ich will sich trotzdem am Rugby-Spieler verbraten. Legg mir die, äh. Ah, ich hab doch noch eine. Ja. Punkt 2. Warte, keine Ahnung. Alter, du siehst, dass ich mit nem Flammenwerfer dort stehe. Wieso wirfst du da ne Granate hin? Wieso hab ich gestorben jetzt? Achso, da ist noch, oh, da ist noch ein Liegender gewesen. Den, ha, 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 das läuft auch immer nicht rein. So, mal weitergehen. Sogar zwei. Oh, wir leben. The Art of Manliness. Aha. Freund mit dem Leben. Yes, Cannoli. Dein Vater. Ah, ich. Das sieht halt aus, so ein Vater. Okay, ähm. Haben wir so gedacht, sie können sich verstecken. Aber nicht vor mir und meinem Flammenwerfer. Yes. Oh, und ich bekomme sogar noch mal ein Munizontier. Ah, das noch mal. Alter, du rennst hier einfach durch. Ja, Mann. Ich bin auch Rainbow. Was erwartest du von mir? Oh, ich hab sieben Schuss für den Raketen. Ich bin auch in der Flammenwerfer. Oh, shit. Ich bin einfach dabei. Bäm! Mami ist mir noch nicht geben. Das war noch nicht dễ gemacht. Oh, ich hab das. Oh, mein Schuss. Das ist der Shotdown. Bam. Das ist der Game. I'm getting the game. Bam. Oh, ich bin zu säure zu fangen. Oh, ich freeze-spawn noch schnell. Oh, schade. Es ist leider gestorben, wenn ich freeze-spawn. Es ist so schwierig jetzt geworden. Ja, irgendwie jetzt auf einmal, weißt du, da vor Geens kommt der erste Boss und auf einmal ist es voll schwer. Oder wir sind einfach stark? Äh, wir sind so richtig. So, Rocket Launcher. Hier. Oh Mann, wieso hast du gesehen, dass du es befreit von da oben? Hätte ich jetzt, wie ich vorhin schön einfach durchziehen. Ich bin in den Restorber-Spawn, ich denke. Stellt bitte nicht, wenn ich freeze-spawn. Dankeschön. Oh, Fremden ist noch munizont. Oh, mich ist gestorben! Oh Gott. Franky guckt einfach immer nur böse. Hä, der steht einfach immer nur rum, der macht nie was. So, jetzt. Den. Den. So, und die Nächsten. Den. Und den Letzten. Und den Letzten. Und den Letzten. Den. Den. Ich bin einfach mal abgestorben in diesen Pfeffel, bin ich da einlaufen. Wie, das Wasser ist giftig oder was? Ne ist es nicht. I wandering checkpoint. Wir sind schon fast wieder tot. Also er hat ungefähr noch die Hälfte von meinem... Wieso hab ich den noch ausgerüstet? Ich bin tot. Fuck. Nein, oh Gott, Junge. Wieso musst du immer genau dann sterben, wenn ich auch sterbe? Ich hab keine Ahnung. Oh Gott. Schaffen wir es noch bis zum nächsten Checkpoint? Ich weiß es nicht. Eigentlich hätte ich schon noch Bock gehabt, euch noch eine Cutscene zu zeigen. Ja, ich auch. Boah, aber es ist schon brutal schwer zu machen. Können wir uns jetzt langsam mal ein bisschen weiter schaffen. Kann er hier nicht angehen? Okay. Locket Launcher. Offen. Wir haben ihn doch. Wieso sollen wir ihn nicht verwenden? Ja. Ich lauf die ganze Zeit in irgendwelche Explosionen rein. Ich lasse mich doch mit dem Locket Launch einfach zu durchbieren. Du kommst. Warte. Jawoll. Okay. So macht man das. Oh shit. Ich muss nur oben rum. Bam. Okay, ich mach wieder oben. Timur. Oh shit. Oh shit. Okay, du kannst dich mit einem Raketen dafür selber töten. Das ist cool. Ah. Ah, 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 ah. Das ist ein Ballfeuer. Nein. Verdammt. Okay. Ciao. Ich hab' den Ball. Ich hab' den Ball. Ich hab' den Ball. Ich hab' den Ball. 200 Schiss hab' ich dann halt durch. Vorsicht'n, Alter. Okay. Jawoll. Yes, Mann. Wir sind doch voll gut. Das Spiel ist das einfachste Spiel überhaupt noch. три, zwei. Das gibt's ja das Problem. Null Probleme. Bitsch aus. Sch****. Sch****. Ah, oben ist wieder eine. Oh shit, ich geh gar nicht mehr. Oh shit. Ok, ich hab noch mal Raketen-Money besorgt. Oh Gott. Ah, ich hab ihn gar nicht gesehen. Ok, geben wir schon. Bleib, stirb mich, stirb mich. Ja, ja, ich hab den Raketen genutzt. Oh Scheiße, wir sind schon wieder so low. Ah, Donkey Kong! Ne, die sterben, die sterben. Bleib, 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 bleib. Das ist schon der Checkpoint. Yes, man! Oh Scheiße. Ah, ich bin doof. Oh oh, wir fahren jetzt! Oh oh, wir fahren jetzt! Don't twist your danger! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Vorsicht, werfen Molotov. Ah, ah! Okay, solange sind unsere Abflug auch recht gut. Jawoll! Oh, warte. Yes, man! Yes! Ah, scheiße, wir können auch echt mal... Egal, wenn ich meine Flamme verflüge. Ah, das ist schon mal die Brücke. Ah! Okay. Oh, der Mord hat ja nicht gemacht. Die auch schon. Aber dafür hatte ich ja bisher immer dich, dass du in der Zwischenzeit noch irgendwas abschließen kannst. Yes! Nächster Checkpoint. Das sind die Besten, man. Die Besten, die wo gibt, man. Yes, Hebel! Wahrscheinlich hätten wir uns da vielleicht schnell erst aufstellen sollen. Oh, damit wären wir bestimmt irgendwo super secret hergekommen. Ich bin doch nach unten. Aber warte. Hier, ich hab hier nochmal einen Hebel. Geht's dann wieder runter. Ich bin dort! Ja. Ich hatte einen Gasangriff. Warte, ich werfe. Granate. Yes. Noch nochmal eine Granate. Ich hab erstmal was zu essen gesagt. Okay. Nice. Cooler ist, wenn wir im Real Life mal was zu essen besorgen würdest. Ich geh zu langsam herum. Oh, die Sprüchen haben hier echt Dynamiter. Hat er von der Katzin gesagt, glaub ich. Auf den Hebel treten. Oh, das sind noch zwei! Wie fies! Das ist hier, ich muss mich ansehen. Ja. Ja, nochmal. Halt, wieso gehst du mich einfach weg? Ich hab gedacht, das würde ausreichen. Schnell ist direkt daneben, Mann. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ich bring mir eine Granate zu dem. Da ist, äh, Thai-Essen oben. Also... Oh, scheiße. Da ist ein Zombie. Ich hab ihn gar nicht gesehen. Äh... Das holen wir uns am besten erst, wenn wir hier noch... ...denn gequillt haben. Bleibs. Oh, wir müssen ja nur noch im Hebel umleben. Dabei. Wo? Ach, da? Okay, ja, kicken. So, hier runter und es ist noch Essen. Oh, ich hab's auch schon aufgesorgen, weil ich nicht zu terrible hoch bin. Ah, ja, ja. Damit hat sich das Thema dann erledigt. Yes. Jetzt ja. Das ist jetzt nicht getroffen. Was ist denn das? Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Hä? Achso, okay. Yes, Katzin! Jawoll! Ja, ich denk mal, das war's dann auch. Ja. Jetzt gucken wir uns noch die Katzin an. Und dann können wir noch erspannend erwarten, was noch auf uns zukommt weiterhin. Ja, genau. Ich wünsche euch auch noch viel Spaß mit dem Spiel, wenn ihr es euch selber kauft. Also, ich hoffe. Und ja, bis zum nächsten Mal. Genau. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Boah, wirklich? Hat er uns noch verarscht? Ja, Mann. Richtig. Na ja, okay. Und wie ist sich... Das ist ein Perfekt. Boah, das ist schon nichts. Besser könnten wir doch gar nicht aufhören. Story-Cliff-Hänge. Franky hat uns verarschte Lappen. Riesenexplosion nochmal. Oh. Okay, das sieht auch cool aus. Egal. Wir wollen es euch nicht zu viel vorgreifen, deswegen... Kauft euch das Spiel. Spielts durch. Macht Heiden Spaß. Ja, auf jeden Fall. Vor allem im Koop. Ja, also... Ja, beide haben jetzt richtig Spaß gehabt. Obwohl ich immer öfters gestorben bin, aber... Ja, ich bin auch recht häufig gestorben. Ey, ich glaube mit vielen Leuten wird es ein riesen Chaos, aber es macht bestimmt mega Spaß. Also... Besser geht's nicht. Alles klar. Jo, tschau. Macht's gut.